Das ist kein gewöhnlicher Dolch. Setzt man den Sand frei, dreht man die Zeit zurück. Und nur der Besitzer des Dolches weiß, was dann geschieht. Hast du das gesehen? Prinz Dastan, hast du dich nie gefragt, wie du einen solchen Schatz finden konntest? Bist du nicht neugierig, weshalb ein Waisenjunge? Auserwählt wurde, ein Prinz zu sein? Die Gotte haben einen Plan für dich. Sie lenken dein Schicksal. Manche würden die Macht des Dolchs dazu benutzen, die Welt zu zerstören. Die Zeit wird alles auslöschen. Du musst ihn beschützen. Wer sind diese Dämonen? Hassan Sine, ausgebildet in der Kunst schnell zu töten. Der geheime Tempel der Wächter. Nur dort hat der Dolch ein sicheres Versteck. Bring ihn dorthin, Dastan. Es macht dir sichtlich Freude, mir Befehle zu erteilen. Nur weil du so artig Befehle befolgst? Übertreib's aber nicht. Ihr müsst den Dolch finden. Welch nubler Prinz. Er eilt der gefallenen Schönheit zur Hilfe. Wer sagt, dass du schön bist? Es muss einen Grund geben, warum du deine Augen nicht von mir lassen kannst. Du bist... Ich... Es ist soweit. Gib mir den Dolch! Wie hast du das gemacht? Das ist unmöglich. Schwierig, aber nicht unmöglich. Tschüss. Schleig, aber nicht! Schleig,1 muss auf den diablenzieren. Aber das ist ein schönes Ministerium. König,ep kuip. PLAYRAF squared. Wenn du nur einen Klisch ent evaluiert. Ich wäre es nicht.